Das bin ich, wenn ich schlafe. Und das bin ich, wenn Montag die Schule wieder beginnt und ich verschlafen habe. 7.30 Uhr, ich habe verschlafen. Nee, ist mir heute zu rosa. Nee, nee, ist zu dick für das ganze Ritter. Oh, Mann, Scheiße. Wie sieht es mit dem aus? Nein, zu großer Ausschnitt, weil ich keinen Bock drauf. Nee, so ausgewaschen. Nee, zu warm. Ich glaube, es kommt mir nicht mehr. Wo ist das? Ja, das müsste heute mal gehen. Nächster Fail, während Stress herrscht, sich grauenhaft zu schminken. Schmink, schmink. Das war's für heute. Das war's für heute. So Leute, das war's auch schon mit dem Video. Aber bleibt jetzt noch kurz dran, denn es gibt noch ein paar kleine Infos und eine mega coole Verlosung. Ich zeig euch schon mal am Ende, was ihr so cooles gewinnen könnt. Vorab wollte ich aber noch kurz gesagt haben, dass das Ganze natürlich total überspitzt dargestellt war und das Ganze auch wirklich nur zur Unterhaltung dient. Da ich morgen halt einfach wieder Schule habe, dachte ich, dass heute so ein Video mega gut passt als Abschluss, denn ich habe jetzt keine Ferien mehr und da kommen wir auch gleich zum nächsten Thema. Jetzt wird es leider immer nur noch ein Video pro Woche von mir geben. Und hier haue ich auch die nächste kleine, aber wichtige Info raus, denn meine Videotage bzw. mein Videotag ist jetzt immer dienstags um 18 Uhr. Also wie gesagt, die Uhrzeit bleibt gleich. 18 Uhr nur dienstags kommt jetzt immer ein Video von mir online. Wenn ich mal eine nicht so stressige Schulwoche habe bzw. wieder Ferien, wird auch samstags von mir um 18 Uhr ein Video online kommen. Also Samstag könnt ihr im Hinterkopf in Klammern behalten, aber dienstags könnt ihr euch auf jeden Fall sicher sein, dass da um 18 Uhr ein neues Video von mir erscheint. Genau, das war es auch schon dazu und jetzt kommen wir zur versprochenen Verlosung. Und hier seht ihr eine NYX oder NYX, wie auch immer ihr diese Firma, diese Marke aussprechen möchtet, Tasche. Ähm, diese ist voll mit NYX-Produkten und anderen Produkten, einem Akkupad unter anderem und und und. Ich kann euch das Ganze auch nochmal in der Nahaufnahme einblenden. Alles, was ihr dafür tun müsst, um diese Tasche zu gewinnen, ist natürlich Abonnent meines Kanals sein, denn diese Verlosung, dieses Geschenk geht natürlich an meine Abonnenten als Dankeschön für eure Unterstützung. Ihr solltet diesem Video außerdem einen Daumen nach oben geben und ein liebes Kommentar schreiben. Am besten mit euren Instagram-Namen, damit ich euch anschließend, falls ihr der glückliche Gewinner dieses Päckchen seid, euch auch auf Instagram kontaktieren kann. Diese Verlosung geht außerdem bis nächste Woche Dienstag. Das heißt, wenn ein neues Video von mir online kommt, steht aber unter diesem Video in der Infobox ein Gewinner von euch. Ich wünsche euch allen ganz viel Spaß, ganz viel Glück und ich freue mich auch schon, eure Kommentare zu lesen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag, Nacht, Mittag, Morgen, Abend und ich sage Tschüss!